Ein sagenhafter Kristall ist der Schlüssel zu einer unterirdischen Welt. Himmel! Ich bin davon überzeugt, dass Agatha wirklich existiert. Eine Welt voller Wunder und Gefahr. Ihr dürft nicht hierbleiben. Ihr habt hier nichts zu sehen. Das ist also die Gottheit Agathas. Dort unten befindet sich das Tor von Leben und Tod. Wir müssen fliehen. Ein überwältigendes Erlebnis steht uns bevor. Die Reise nach Agatha. Heute um 22 Uhr.